Wir gehen jetzt aneinander vorbei und zählen uns nicht! Geil! Das ist gut! Wir gehen aneinander vorbei und ich plöte dich sechsmal! Ja! 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 Jetzt geht es darum zu gucken, wie wird man gemeinsam warm? Wie kommt man auf eine ähnliche Energie? Reaktion spielen, zack, zack, zack. Einfach Training. Das läuft so, ihr steht euch gegenüber. Wir können uns demonstrieren. Genau! Und es gibt eine gemeinsame Bewegung mit dem Arm. Haus. Popel. Nase. Also es ist nur eine Assoziation. Also ich assoziiere auf ihr Wort, sie assoziiert auf mein Wort. Ja! Es kann auch ein... Und dann ist ein... Kann auch eine Zettel, Garten, Unterschrift. Nicht schlecht. Schnellen. Sozieren das du so. Sozieren das du so deutlich spielst. Schlange, scar? Gopila. Flasen. Straßen. Aude. Flinde! Hallo! Das ist so sehr. Ich weiß. Morgen. Abend. Haha. Das war's für heute.